deutschland ist draußen das ist einfach mega es ist einfach nice man nicht ich sag euch das ganz klar ich freue mich dass deutschland aus dieser wm ausgeschieden ist ja ich freue mich ja ich freue mich das ist einfach tight und warum das will ich euch ganz klar auch hier an dieser stelle erklären solange wir mit deutschland in einem land leben in dem rassismus sexismus und misogynie an der tagesordnung sind ja möchte ich nicht in diesem land weiterleben ist das klar solange wir deutschland ist ein rassistischer cis-rassistischer trans-humanistischer scheißverein nichts anderes okay und genau deswegen ist es gut dass deutschland ausgeschieden ist damit diese ganzen saftsäcke einfach mal raus sind aus diesem land das haben sie verdient mit der politik kann ich mich nicht identifizieren mit diesem volk kann ich mich nicht identifizieren ja und das ist einfach das offensichtlichste auf dieser welt und wir das nicht einsehen will der ist einfach ein schlafschaf der ist ein schlafschaf alter ist ein gottverdammtes schlafschaf alter ist ein deutschland ist draußen schalalala deutschland ist draußen schalalala das ist mega nice mega nice und es ist ja letzten endes so ja deutschland ist nummer eins land im fat shaming es ist eine eine gammelige aktion solange will ich dieses deutschland auflösen so wie es existiert haben wir auch kein recht überhaupt darüber nachzudenken hier irgendwie in irgendwelchen landesgrenzen zu denken es geht kein land ich bin kein deutscher ich bin europäer okay ich bin kein ich bin kein deutscher sondern europäer wo europa ist schlägt das herz und das ist mir egal wer gewinnt und ich gewinne den südkoreanern die wir ausbeuten wir beuten sie aus wie alle anderen länder auf denen über die freue ich mich ja südkorea ich bin mit euch weil ich diesen cis faschistischen staat nicht unterstützen will so und jetzt höre ich eine runde flair ihr sagt säcke was wollt ihr dagegen tun jammern tschüss